Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Helle Taschen und Mad Night. Ich stelle heute die neue Lumapower D-Mini EX2 mit XM-L LED vor. Hier in der höchsten Leuchtstufe. Hier in der höchsten Leuchtstufe. Hier in der höchsten Leuchtstufe. Hier noch einmal die einzelnen Modi im Vergleich. Ich habe die Lampe hier mit einem normalen 16-340 Akku betrieben. Wenn das optional erhältliche D-65 Batterieverlängerungsrohr verwendet wird und mit diesem zusammen ein 18650 Akku, dann erzeugt diese Lampe maximal 600 Lumen laut Lumapower. Hier in der höchsten Leuchtstufe. 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 Untertitelung des ZDF, 2020